Der ist ganz schön schick geworden, der Opel Crossland GS Line. Wir sind in Dillingen, das liegt im Saarland und schauen uns heute mal dieses tolle Fahrzeug an, denn es hat sich viel geändert bei Opel und wir haben heute Leute dabei, die, ich sag mal, die Metamorphose von Opel zur, ich sag mal, Modellvariante 2021 und davor mitbekommen haben und ja, es war zunächst ein tiefer Schock, aber man muss sagen, ihr habt jetzt Autos mittlerweile, da habt ihr vorher nur von träumen können, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, hallo Sven, mein Name ist Gordon Käufer, ich bin hier der Betriebsleiter für Opel in Dillingen und freuen uns, dass wir so ein schönes neues Auto heute zeigen können. Ja, die Kooperation also mit dem großen Konzern bringt natürlich viele Vorteile mit sich, das heißt also, man kann jetzt Autos auf Autos zurückgreifen, die, ich sag mal, ganz, ganz, ganz oft gebaut werden, die individualisiert werden und die sehr zuverlässig sind, habt ihr ja Stress mit den Autos? Ne, eigentlich gar nicht, also wir haben Gott sei Dank jetzt die PSA-Motoren auch drin, die wirklich tadellos funktionieren. Das ist so, das heißt, sie sind sparsam, sie funktionieren gut, das Design immer noch Opel, oder? Das Design ist immer noch Opel, das ist auch das Schöne, dass man im Konzern halt die Autos etwas differenziert dann vom Design her macht. Schöne Felgen. Das stimmt. Warte, ich zeig dir mal gerade, die sind so hochglanz lackiert, schwarz. Und ja, das hier ist ja jetzt eins, ich sag mal so der Hot-Seller in einer richtig tollen Variante, nicht gerade die billigste, muss man sagen. Ihr habt den schön ausgestattet hier, wie er hier steht. Ihr wollt den Leuten ja auch so ein bisschen zeigen, was geht. Rote Flanken an der Seite, also Streifen, die komplett durchgezogen werden. Hoher Einstieg, ich glaube, das ist das, was die Leute wollen, oder? Genau, das ist das, wo die Leute heute auch ein bisschen drauf schauen. So, das SUV-Thema kommt ja immer mehr. Hier haben wir jetzt ein Auto, was trotzdem dann so ein bisschen die Sportlichkeit mit reinbringt und eher so ein bisschen Eyecatcher dann ist. Richtig toll. Das heißt, ein kleines Auto, Länge knapp über vier? Vier Meter, paar zwanzig sind das im Endeffekt. Ja, also sehr, sehr kompakt. Genau. So, gucken wir uns gleich mal an. Wir sind bei der Müller-Gruppe. Das heißt, ihr habt ganz viele Autohändler, unter anderem Opel. Und Opel war ja so umparkend im Kopf. Kannst dich noch erinnern an die Kampagne? Das war schon ein paar Tage her mittlerweile, ja genau. Die war mutig, aber ich meine, was wollte man damit sagen? Guckt euch mal die neuen Opel an. Es hat sich so viel geändert mit allem drum und dran. Es hat nichts mehr mit den Autos zu tun noch vor, ich sag mal, zehn Jahren. Nee, natürlich nicht. Das ist aber auch gut so. Wenn ich dir heute ein Auto hinstellen würde, was vor zehn Jahren mal modern war, dann wäre das vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date heute. Ja, wir werden gleich mal einsteigen, ein bisschen Probe fahren. Ich guck mal, ist der zugelassen? Nee, aber wir haben ein großes Firmengelände. Deswegen, wir können mal zwei, drei Meter fahren. Das ist ein reiner Benziner? Das ist jetzt ein reiner Benziner, 1,2 Liter Turbomotor, drei Zylinder mit 131 PS. Ja, drei Zylinder, da sagen ja viele, ich hab gerne vier Zylinder, Laufruhe und so weiter. Das hörst du nicht. Das heißt, nach ungefähr einer Minute hörst du gar nichts mehr. Genau, das ist so. Ja, und durch den Turbo, die Autos haben auch wirklich schön Leistung. Das funktioniert, die sind spritzig. Also es macht auch Spaß, die zu fahren. Ja, auch innen sehr, sehr schön geworden. Schauen uns das Auto gleich mal an. Es sieht von vorne so ein bisschen aus wie ein Benziner, weil jetzt wie ein Elektro, gell? Ja, das wird jetzt die neue Opel Front. Das ist jetzt das erste Auto, was mit der neuen Front jetzt rauskam. Das ist der sogenannte Opel Weiser. Das soll so ein bisschen an ein geschlossenes Visier von einem Helm erinnern. Echt? Ja, genau. Was die sich alles einfallen lassen, oder? Ja, da gibt es Menschen, die werden dafür bezahlt, sich solche Dinge einfallen zu lassen. Ich zeig das mal gerade. Genau, wenn du noch mal gerade den Namen sagst, von der Erfindung. Das ist der Weiser, nennt sich das. Der Weiser. Jetzt muss man sagen, Opel wird auch sehr stark verkauft in anderen Ländern. Also zum Beispiel, man sieht in Frankreich sehr, sehr stark Opel rumfahren. Also ein ganz, ganz beliebtes Auto. Für was steht Opel, üblicherweise? Ja, Opel steht im PSA-Konzern als deutsche Marke. Also für die deutschen Tugenden. Es soll ja auch mal den Spruch gegeben haben, Opel der Zuverlässige. Und das ist, glaube ich, so das, wofür Opel auch gerne stehen möchte. Ja, bezahlbares Auto mit guter Qualität, zuverlässig. Halt für den, wie Jürgen Klopp das mal ausgedrückt hat, den Normal One. Ja, was ziemlich krass ist, ist die Beliebtheit von gebrauchten Opel. Das heißt also, ihr habt wirklich Corsas, die müssten eigentlich schon lange auf der Halde sein. Nein, die werden gehegt, gepflegt, sind teilweise 20, 25 Jahre alt und laufen und laufen und laufen und kriegen immer noch gutes Geld im Gebrauchbarmarkt. Ja, also der klassische B-Corsa, den sieht man ab und an tatsächlich noch. Oder ein C-Corsa auch noch. Also da sieht man aber auch, dass die Qualität von den Autos einfach stimmt. Ja, und das hat sich auch nicht geändert, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. So, wir gucken mal vorne rein, sei mal so lieb, mach mal auf. Gucken, ob der Motor, ob man den überhaupt noch findet in dem Motorraum. Denn die Motoren werden immer kleiner, immer leistungsfähiger. Also ich habe mir sagen lassen, wenn irgendwas kaputt geht, ist es meistens nicht der Motor, sondern, oh ja, der ist süß. Das ist jetzt der neue? Das ist jetzt der neue 1,2 Liter mit 131 PS, Dreizylinder-Motor dann. So, für den Kunden, normalerweise öffnet ihr ja, wenn ihr die Autos so zeigt, im Showroom ja nicht mehr den Motorraum. Oder wollen die Leute das noch sehen? Das wird seltener, das muss man so sagen, ja. Das heißt, der Kunde hat da eh nichts mehr groß zu tun. Ich nehme an, das Wischwasser ist noch relevant? Genau, Wischwasser kannst du noch selbst machen. Man kann auch selbst noch einen Ölstab ziehen oder mal noch im Öl schauen. Dann wird es aber wahrscheinlich für Autonormalverbraucher auch schon schwierig. So, und da vorne ist der Ölstab. Ich zeige es mal gerade. Ja, der Rest. Ich meine, da geht es um die Batterie, ganz normales Auto. Man muss sagen, die Autos sind schon fast langweilig geworden, was den Thema Service angeht. Ja, noch in den 70ern, da musst du immer so einen ganz großen Werkzeugkasten mitnehmen. In den 80ern wurde es dann besser. Und dann irgendwann mal, mein Gott, du steigst ein, drehst einen Schlüssel und wenn nicht gerade der Marder dran war, dann funktioniert es. Genau, meistens sehen wir die Kunden noch einmal im Jahr zur Inspektion und dann war es das auch, ja. Genau, wenn du mal kurz hier vorne guckst, das sieht so ein bisschen aus wie der Unterbau von meiner Mikrowelle, meiner Einbauküche. Ja, das ist toll gemacht, also, oder? Dann hast du eine schöne Einbauküche und eine schöne Mikrowelle. Das ist halt extra so ein bisschen mit Struktur gemacht, das Silberne hier, dass sich das auch noch mal ein bisschen abhebt. Die Lampen, was sind das für Lampen? Das hier sind jetzt LED-Lampen. Full? Full, genau. Full-LED. So, da unten auch? Das sind Nebelscheinwerfer, auch mit LED, ja. Sehr schön. Also, das ganze Thema LED, da haben ja viele Leute gefragt, naja, wenn da meine Lampe kaputt geht, habt ihr überhaupt schon kaputte LEDs gehabt? Bei Unfallschäden ja, ansonsten habe ich bis heute noch keinen LED-Scheinwerfer. Keine einzige? Nein, wirklich keinen. Super, ja, man sieht es hier vorne schön, Gasdruckdämpfer, da wird nichts eingehangen oder irgendwas. Also, das passt alles und natürlich Gewicht zersparen. Das Auto ist sehr leise? Auto ist meiner Meinung nach sehr leise. Wir können ja gerne mal ein paar Meter fahren, dann können wir uns selbst ein Bild davon machen. Das ist ja 23.990 Euro, wie er hier steht. CO2-Effizienz-Klasse A. Und wenn du mal gerade zu machst, bitte noch mal. Natürlich. So, und dann gucken wir mal gerade, 4,7 Liter, das ist WLTP? Das ist jetzt noch ein NFZ-Wert, danach müssen wir es noch auszeichnen. Die WLTP-Werte liegen auch im Auto, die sind natürlich dann ein bisschen höher. Klar, also ich sage mal realistisch, zwischen 5 und 6 Liter kann man so ein Auto ohne Probleme bewegen. Genau, wir zeigen die mal gerade. Und hier vorne, ihr macht das mittlerweile auch so, dass ihr die WLTP-Werte parallel mit dazu legt? Ja, machen wir so. Ist im Moment so ein bisschen Übergangsphase. Tatsächlich müssen wir die Autos ja noch mit NEFZ bewerben am Auto, aber wir legen die WLTP-Werte mit dazu. So ist das ja. So, jetzt habe ich eine tolle Überraschung für dich. Du darfst uns mal aufklären, was ist NEFZ und WLTP? Das sind zwei Prüfverfahren. NEFZ ist, sage ich mal, das alte Prüfverfahren und WLTP ist das neuere, was sich doch ein bisschen realitätsnah an den Fahrbedingungen an einem Auto interessiert. Orientiert. Genau. Erster Dreh. Heute Morgen ist es knackig kalt. Heute ist es der 15. Ne, heute haben wir, glaube ich, den 18. Den 18, ja. Du siehst, ich bin meiner Zeit zurück. Wenn du mal gerade die WLTP rausnimmst, dann filmen wir die mal ab. Also, er wird angegeben mit 5,8 Liter. Das ist doch ein recht realistischer Wert, oder? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Zwischen 5 und 6 Liter ist es realistisch, mit so einem Auto sich zu bewegen. So, also innerstädtig langsam, Stadtrand mittel, also 5,5. Landstraße schnell. Und, ach, da sieht man, also, wenn er sich so um die 80 kmh bewegt, ist er am schwarsamsten. Das ist so. 130 PS, die merkt man? Ja, die laufen gut, die Autos. Das funktioniert. Ja, die gehen gut voran. So, sehr schön. Deine Größe heute Morgen, Gordon? Meine? Deine Größe. Meine Größe, 1,78 steht in meinem Personalausweis. Ja, plus noch, du hast ziemlich, warte, ich zeig das mal gerade, so einen Zentimeter, die guten Adidas an. Wenn du mal gerade hinten einsteigst, du hast ihn jetzt sehr weit zurück gemacht, gell, in den Sitz. Es geht aber trotzdem, oder? Das wäre für mich jetzt einwandfrei vorne zu fahren. So, das heißt, ist jetzt so eingestellt, dass du vorne sitzt. Genau. Ist ein echter Fünfsitzer, das heißt, fünf eingetragene Sitzplätze. Genau. Hast auch hier dann in der Mitte einen normalen Gurt. Genau, wenn du mal gerade mit der Hand so mal drüber fährst, über deinen Kopf. Über meinen Kopf. Genau, dass man mal die Bodenfreiheit, also die Kopffreiheit sieht. So eine Handbreit. Der Handbreitplatz. So, das Ganze hat hier dann noch elektrische Fenster hier mal mit drin. Und eine kleine Tür, wenn du die gerade mal schließt und gerade mal öffnest, es ist so ein, fast so ein Coupé-Look, so ein bisschen, oder? Ja, die Tür hinten ist schon recht klein. Also man sitzt etwas hinter dem, hinter der ABC-Säule dann in dem Moment. Ja, gut, das langt auch für Fußball-Mams und sowas, die die Kids abholen. Klar, die gehen immer. Genau, wenn du kurz aufmachst, hinten den Kofferraum, dann gucken wir uns da mal rein. Nach wie vor ist das Thema Benziner ja nicht tot. Also ist das schon komisch, dass wir 21 über das Sterben von Benzinern reden, wo doch so viele Autohersteller jeden Tag behaupten, 20, 25 haben wir nur noch Stromer. Aber nein, die Leute, die kaufen nach wie vor viele Benziner. Ja, das Verhältnis von den Elektroautos wird halt jetzt höher mittlerweile. Das merkt man schon. Aber Benziner, ich glaube, das wird uns noch ein paar Jahre begleiten. So ist das ja. Prämie, die tut auch noch einiges mit hinzu. Es gibt hohe Prämien auf die Fahrzeuge. Mach mal bitte auf. Was ist da zu sehen? Was sieht man? Das ist hier jetzt ein variabler Laderaumboden. Den könnte ich dir, wenn du das möchtest, auch gerne einmal nach unten legen. Tiefer. Genau, dann hast du das volle Kofferraumvolumen. Ja, aber zum täglichen Gebrauch, wenn man den hochlegt, dann hat man hier keine Ladekante für so eine Getränkekiste rein oder raus. Sicherlich etwas angenehmer dann. So, und ihr habt auch die Taschenhalter jetzt endlich mit drin. Ja, genau. Ja, auch wir haben die jetzt. Ja gut, du lachst so, aber das ist echt praktisch. Nein, nein, ich lache nur darüber, wenn du das richtig gesagt hast, endlich haben wir die auch. Ja, es hat nämlich voll gefehlt. Also, wer sie nicht hat, der wird sie vermissen. Denn hier kann man tatsächlich entweder die Handtasche, die Einkaufstasche oder einen Hund anbinden. Den Hund festmachen. So, die Rücksitz-Trend, also die Wand ist teilbar, ein Drittel, zwei Drittel und hat noch mal eine Durchreiche. Genau, wir haben in der Mitte noch mal eine Durchreiche. Und wenn du diesen Boden hier noch mal nach oben legst. Ja, das machen wir mal. Ich mach da alles, was du willst. Ja, und das dann umklappst. Eben. Schau mal, ob ich gerade hier dran komme. Vorsicht. Oh, nee, das geht so nicht. Warte, ich mach das von vorne. Ich mach das von vorne. Ich mach das von vorne kurz auf der anderen Seite. Dann hast du hier im Prinzip auch eine Ebene. Ebene Fläche bis nach vorne. Eine Ebene Fläche. Das ist ja, ist ja nach wie vor ein Kleinwagen, muss man sagen. Also Corsa quasi Größe. Oder ist es knapp über Corsa von der Größe. Also bei 4,6 Meter hier knapp über 4,20 Meter dann. Toll. Mach mal auf. Hier noch mal an der Seite. Ich zeig mal gerade noch mal die Polster, wie die schön sportlich designt sind. Ja, in der GS-Line hat man halt dieses Thema mit dem roten Zierstreifen von außen auch innen dann noch mal umgesetzt. Das passt dann auch ganz gut. Ja, was ziemlich cool ist, du hast natürlich Isofix an den äußeren Sitzen. Das ist dafür da. Und der Einstieg vorne, der ist natürlich phänomenal einfach. Das Ganze hier ist mit einem Schlüssel ausgestattet. Ich muss den nicht mehr reinstecken, nehme ich an, oder? Nein, schlüsselloses System. Ist jetzt bei dem Auto noch nicht freigeschaltet, weil der recht frisch erst angekommen ist. Aber grundsätzlich würde das natürlich gehen. Sieht man diesen zwei Rillen auf dem Türgriff. Ja, wenn du mal kurz bitte mal aufmachst, dann steige ich mal ein. Aber zeig vorher mal dieses Rot. Das mit den... Wir haben halt einmal hier an den Türen die roten Applikationen noch mal auch die Nähte hier in der Türverkleidung. An den Sitzen in der Mitte auch da noch mal die Nähte in rot mit aufgenommen. Achso, die Länge ist auch verstellbar an den Sitzen. Die Länge ist natürlich auch verstellbar. Du kannst hier auch die Höhe, Schrägstrich auch die Neigung elektrisch verstellen bei den Sitzen. Auch die Beinauflage ist verstellbar. Genau, die Beinauflage kann ich dir auch hier... Für lange. Genau, für längere Beine, also für Menschen, die etwas größer sind als ich. So, das da ist die Handbremse? Genau, das ist die Handbremse. Die ist ja süß. Ja, das Design ist ganz cool. Ja. So, das sieht auf jeden Fall basic aus und ist ein Schalter. Es gibt auch Automatik? Ja, natürlich kriegst du auch eine Automatik. Klar, du kriegst auch andere Motorvarianten, was die Motoren angeht, mit weniger Leistung. Und natürlich auch ein Sechsgang-Automat in Verbindung mit dem 130 PS Benziner. So, die Frage der Fragen, was ist das für ein Automat dann beim Sechsgang? Das ist ein Wandler. Ein Wandler. Genau. Das heißt also, der Anhängelast, ist das möglich? Kriege ich eine Kupplung, wenn ich will? Also du kriegst eine Kupplung, muss man fairerweise dazu sagen, hier sind wir von der Anhängelast schon etwas eingeschränkt. Ungefähr, wie viel? Knapp 750 Kilo. Ja, aber heißt aber, ich kann den Gartenanhänger hinten dranhängen, Fahrräder drauf machen. Klar, das funktioniert. Weil hier wäre jetzt überhaupt kein Platz für Fahrräder hinten drin, aber Fahrräder hinten auf die Kupplung stellen würde gehen. Das geht, natürlich. Es ist halt faktisch nicht das richtige Auto, um einen Wohnwagen zu ziehen. Nein, ich sage mal so, du weißt das Thema Gartenanhänger. Na klar, dafür funktioniert es. Dafür funktioniert es. Der Nachläufer, kennst du den? Der klassische Globus-Nachläufer. Globus-Nachläufer. So, wir steigen mal ein. Ja. Du kommst auf die andere Seite. Am besten mal hinten zumachen, damit es nicht ganz so schattig ist. Und... Mensch, wir haben ein tolles Wetter. Es soll am Wochenende irgendwie 35 Grad werden. Im Februar. Ne, ich glaube um die 20, oder? Was ist ja prophezeit? Um die 20 Grad. Das wäre dann ein Temperaturunterschied zum letzten Wochenende von den 35 Grad wahrscheinlich, die du gerade vorhin angesprochen hast. Ja, wir hatten nämlich minus 14 Grad noch letzte Woche und auf einmal wird es warm. Aber ich bin mal sehr gespannt. Im Moment ist ja noch keine Möglichkeit, also hier gucken zu kommen und so weiter. Nur für Werkstattkunden, die dürfen rein und raus. Das Ganze wird sich aber wandeln. Das heißt, wenn alles wieder aufmacht. Du merkst schon, die Leute schauen mit den Hufen. Also wir merken schon, dass wir relativ viele Anfragen jetzt haben. Im Moment halt über die Kanäle, die funktionieren, sprich telefonisch oder per E-Mail, was wir halt abarbeiten können. Aber wie du schon sagtest, wir können im Moment halt vor Ort leider aufgrund der Corona-Lage nicht bedienen. Du musst so ein Autoprobe fahren. Wenn du mal kurz mal die Preisliste mir mal in die Kamera hältst, dann filme ich die mal ab für alle Freunde des Standbildes. Wir haben hier einen Opel Crossland 1,2 GS Line. GS Line ist schon das höchste? Ne, es gäbe noch eins drüber. Das wäre dann der Ultimate. Der Ultimate? Der Ultimate? Genau, der Ultimate. Das ist ja wie bei Windows. So, ich guck mal grad. Ne, toll. Also, dass ich das... Für mich ist ja Opel ganz neu, muss ich sagen. Die neuen Modelle. Also, dass man das so sieht. Die hießen vorher nicht Ultimate, oder? Als Opel mal noch Opel war. Ne, Ultimate gibt es erst seit, ich glaub zwei Jahren, gibt es diese Ausstattungslinie bei den Fahrzeugen. Der ist aber schön hier. Also, ist 23.990. Ist doch kein barock hier, sondern richtig sportlich mit rot und allem drum und dran. Großes... Vielen, vielen Dank erstmal. So, hier vorne sieht man Airbags überall. Ich nehme an, Crash Test, du hast hier ein sicheres Auto? Also, grundsätzlich hast du ein sicheres Auto bei einem Opel. Es gibt jetzt keinen, der irgendwie bei einem Crash Test nicht funktioniert hätte. Also, die Bewertungen sind alle in Ordnung. Das ist auf Klassenniveau. Das funktioniert. Sehr schön. Also, ich zeig euch mal ein paar Details. Er hat noch ganz normale USB-Anschlüsse, aber daneben eine 12 Volt Steckdose. Könnt ihr euch bei Amazon zum Beispiel USB-C Adapter kaufen. Das ist dann ganz universell. So eine 12 Volt Dose ist wirklich wichtig. Rauchen im Auto habt ihr immer seltener, oder? Rauchen im Auto, das gibt es, glaube ich, mittlerweile fast gar nicht mehr. Also, es gibt auch, wie du siehst, keinen Aschenbecher mehr, wo du das hinmachen könntest. Du müsstest dann alle Kippen aus dem Fenster werfen. Aber es gibt ja im Zubehör so Sachen, die kannst du ja reinstellen. Natürlich. So sieht es aus. So, dann hast du hier eine ganz tolle Armauflage. Ja, genau. Also, die du auch immer dann vermisst, wenn du keine mehr hast. So ist es. Geht, oder? Klar. Du kannst auch schön hier beim Fahren runter machen im Stadtverkehr. Weiß ich nicht. Vielleicht eher nach oben, dann stört sie nicht. Aber so auf einen längeren Fahrten nach unten, schönen Arm ablegen. Was ziemlich cool ist, der hat ja Dampf und er hat ein 6-Gang-Getriebe. Das heißt, auf der Autobahn, ich bin letztes Mal so ein, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich gefahren bin. Also, ich musste ein Mo-Mobil abholen und habe so ein One-Way bekommen. Ja. Kleines Auto. War es ein Opel? Ne, es war kein Opel. Und er hatte nur 5-Gang. Und der hat schon gedreht auf der Autobahn. Dann bist du dann so bei dreieinhalb, 4.000, bei 150, als ich dann ankam in Bayern. Das waren 400 Kilometer, war der Tank leer. 38 Liter weg. Geht. Aber 6-Gang ist schon gut, oder? Ja, klar. Natürlich. Du kannst ja den Spritverbrauch senken und auch das Geräuschniveau im Auto. Das wird natürlich ein ganz anderes, wenn ich im 6. Gang fahren kann, statt im 5. dann bleiben zu müssen. So. Wenn du mal gerade das Lenker gerade machst, bitte. Und den Motor mal startest. Und dann kann ich nämlich mal hier drüber gucken. Denn du hast noch analoge Rundinstrumente. In der Mitte hast du dein Display. Denke mal, dass das Auto hier so den 10-Sekunden-Test übersteht. Einsteigen, alles finden. Geh mal an, das Gas ist rechts. Gas ist rechts, Bremse klassischerweise in der Mitte und Kupplung links. Also so, wie man es gewöhnt ist. Ne, ist ja alles da, wo es hingehört. Ja. Okay. Wenn ihr die Leute jetzt mal reinlasst. Ihr macht ja, das hat zurzeit Kontaktlos. Leute können ja auch Probe fahren im Moment. Das funktioniert. Was sagen die Leute? Ist das hier noch ein Opel? Die vielleicht noch so ein etwas älteres Modell haben? Oder sagen die, hey, das ist ein tolles Auto? Das ist ein tolles Auto, ganz klar. Aber es ist Gott sei Dank auch immer noch ein Opel. So sieht man das. Toll. Das heißt also, alle Gene sind da mit allem drum und dran. Ja. Ich sag mal so, Opel, Volkswagen. Das waren ja immer so die großen Rivalen der Corsa zum Polo und so weiter und so fort. Man kann schon sagen, du kriegst hier ein Auto mit allen Opel-Genen mit dem Wiederverkaufswert von Opel. Aber jetzt in einer großen Konzerntochter. Das merkt ihr. Das heißt also, alle zum Beispiel Systeme, die hier drin sind, DAB Plus Serie? Ja klar. Klar. Mittlerweile ist der Pflichtmittel. Genau. Sonst hättest du ein Problem, was die Zulassung angeht. Die Systeme, das ist immer noch so, wie der Kunde das gewohnt ist, sage ich mal. Klar, natürlich im Lauf der Zeit, es ändert sich immer mal ein bisschen was von der Handhabung her. Aber grundsätzlich findet sich ein Opel-Kunde immer noch zurecht in den Autos. Sehr schön. Also er ist sehr schick geworden. Ich zeig mal gerade hier vorne ein kleines Detail. Fast so diamantmäßig der Luftausströmer an der Seite. Und das ist dann, ich sag mal, die Optik hier vorne. Das Soundsystem ist okay? Oder gibt da noch Upgrades auf Wunsch? Ne, da kann ich jetzt leider kein Upgrade anbieten für das Soundsystem. Aber es klingt trotzdem gut. Das ist okay, ja. Gott, ich zeig das mal gerade. Also es ist ja keine Rennsemmel. Zielgruppe von dem Auto? Zielgruppe von dem Auto ist vielleicht so der, ich sag mal, Zwotwagen. Oder halt auch für die kleinere Familie mit einem Kind das Erstfahrzeug. Das dürfte so die Zielgruppe für das Auto dann im Endeffekt sein. So, elektrische Fenster hierbei natürlich alles mit drin. Das Lenkrad ist Höhen- und Längsverstellbar? Das Lenkrad ist Höhen- und Längsverstellbar. Das Lenkrad hier bei dem wäre jetzt auch beheizbar. Okay. Ja, also kann ich dir auch hier anbieten. Ja, das ist toll. Gerade jetzt bei den Temperaturen. Also wer es noch nicht hatte, ich halte gerade hier meine Filmeinrichtung. Die ist nicht beheizbar und die hat noch gefühlte 8 Grad. Und da ist das natürlich ein bisschen... Wenn du mal gerade drauf drückst, ich kann hier das Handy koppeln, gell? Natürlich kann ich hier das Handy koppeln. Klar, über Bluetooth ganz klassisch. Also ich mache es ja nur über Bluetooth. Ich habe die Spiegelung gar nicht aktiv. Du kannst nicht ganz so viel machen mit der Spiegelung. Da geht es ja nur noch über Sprache und über große Tasten und viele Ads funktionieren nicht. Aber jeder wie er will. Es würde aber gehen. Natürlich. Auch das würde gehen. Kann dir auch hier die... CarPlay, Android Auto. Genau. Ja. So, das Ganze ist drahtlos oder geht es über Kabel? Die Spiegelung funktioniert über Kabel. Okay. Bluetooth natürlich drahtlos. Genau. So, es gibt übrigens auch Halter. Da müsst ihr euch mal informieren. Wenn ihr ein Handy montieren möchtet, zum Beispiel mit Magnethalterung, bitte nicht Spackschrauben hier reindrehen. Es gibt tolle, spezielle Halterungen von Arad, von unglaublich vielen Anbietern. Am besten mal gucken. Und dann hängt das Handy genau an der Stelle, wo wir es brauchen. Du kannst es ja zum Beispiel auch über die Halter an den Lüftungsdüsen mit festmachen oder so. Also mit einer Schraube, weiß ich nicht. Das ist vielleicht die B-Lösung. Ja, das macht doch keiner. Aber wichtig ist, Handy wirklich ordentlich im Fahrzeug fixieren. Also damit man nicht tief runter gucken muss und so weiter. Ja, du, ich bin begeistert. Es ist jetzt kein... Weißt du, wir können jetzt noch stundenlang über das Auto reden. Aber es ist ein, ich sag mal, sinnvolles Fahrzeug. Schick von außen. Modernes Design. Gut Preis. Das hier ist schon gehobene Ausstattung. Der fängt an wo? Genau. Also wir können ja so ein Auto auch für 18.000 Euro anbieten. Funktioniert auch, klar. Das heißt inklusive Steuer mit allem drum und dran. Ja, ist das hier auch ein Firmenwagen? Das heißt, so ein Kleinwagen für die Stadt wird ja auch schon mal angefragt? Ja, natürlich. Wenn du jetzt sagst, ich habe hier Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten, die vielleicht nicht jeden Tag 500, 600 Kilometer fahren, dann ist es durchaus eine Option. Du hast durch die klappbaren Rücksitze und die Grundform des Fahrzeits auch jede Menge Platz, wenn mal was geladen werden muss. Ein Prozent Regelung. So Klimaautomatik, Zweizonen? Genau. Da wären wir jetzt bei einer Zweizonen Klimaautomatik. Die steht jetzt noch auf Fahrenheit. Deswegen nicht erschrecken. Ich grill dich nicht. Okay. Das heißt, Auto ist knatschneu. Das Auto ist jetzt wirklich noch knackneu. Da ist noch nichts freigehalten. Wenn du gerade ins Menü mal reingehst, dass man das mal sieht. Das ist das Fahrzeugmenü? Genau. Das wären jetzt die Fahrzeugeinstellungen. So, ist das schwer zu bedienen? Geht? Nee, eigentlich nicht. Du siehst ja hier, du hast die Taster, wo du halt draufdrücken kannst, wo du halt sagen kannst, okay, ich will mir hier irgendwas verstellen. So, Komfort. Gehen wir mal über Komforteinrichtung. So, Ambientebeleuchtung, Heckscheibenwischer mit Rückwärtsgang. Also üblich das, was wir alles haben. Mach mal gerade DAB Plus an, sagen wir mal so lieb, dass man das Menü sieht. Also es muss kein Ton drauf sein. Ja. Nur, dass man mal die Liste sieht. Also auch das. Ganz tolle Sache. Digitalradio. Du hast Rauschreißradio komplett. Mittlerweile RTL-Radio sogar digital. Genau. Und so weiter. Und das Ganze ist dann richtig toll. Ich schaue das Frequenzband mal um. Ah, jetzt such da erstmal neu. Weil du kriegst mittlerweile richtig viele Radiosender. Hier hast du Rockantenne, Antenne Bayern. Rockradio, Radio Bob. Weiß der Teufel, was es da mittlerweile alles gibt. Weiß der Teufel. Also du kriegst so Radiosender, das ist echt Wahnsinn. Toll. Komm, wir steigen mal aus. Oder weißt du was? Wir fahren mal gerade Meter. Wir sind nicht auf Privatgelände. Da können wir mal Meter mal fahren. Es ist echt irre leise. Also du hörst den Motor fast gar nichts. Wenn die Leute sagen, ich will ein Elektroauto haben. Komm mal hier bitte. Also das Thema mit dem Dreizylinder ist halt immer klar. Die Leute sind es halt nicht gewohnt im ersten Moment. Aber wenn man es mal fährt, das ist nicht lauter oder aufdringlicher als jetzt ein Vierzylinder im Endeffekt. Ich habe jetzt den Schock bei Mercedes-Benz Sprinter. Die haben jetzt den Sechszylinder abgeschafft. Auf Vierzylinder. Also die können ja mal gerne im nächsten Sprinter mit Dreizylinder bauen. Da kriegen sie richtig. Aber nein, das merkst du gar nicht im Alltag, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Also das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen Kopfsache. Ob du jetzt dich damit abfinden willst oder nicht. Aber du hörst es ja nicht. Du merkst es nicht. Es ist kein Unterschied. Der Vorteil ist. Unterturmricht, zweiter Gang. Geht. So der Turbo tut ihm gut. Das heißt Turbo Benziner. Wir haben ja vor kurzem Gerät Mazda. Die machen ja viel mit Hubraum, muss man dazu sagen. Auch sehr sparsam. Ist auch übrigens bei euch in der Gruppe mit drin. Natürlich. Ihr habt ja die Qual der Wahl. Das heißt also ihr könnt ja fast alles abdecken hier bei der Müller Gruppe, oder? Von High-End bis... Kann ja bei der Müller Gruppe, kann ich dir von zwei PSA Marken, also einmal Opel und Peugeot, über Japanisch mit Mazda. Einmal Skoda oder BMW. Auch das geht kein Problem. Was auch irre ist, ist die Geschwindigkeit der Heizung. Es wird jetzt schon warm. Der war nicht vorgelaufen, ne? Nein, absolut nicht. Wir haben den nur da vorne hingefahren und dann sind wir ja zehn Minuten ums Auto rum. In der Zeit lief der ja nicht. Okay, super. So, wir parken nochmal ein. Dann machen wir die Abmoderation. Denn die Leute wollen jetzt bestimmt in Scharen dieses Fahrzeug kaufen. Also nochmal, es geht los bei rund 18. Und 18.000 Euro. Und 18.000. Ist er denn nackt ohne Fensterheber? Nein, 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 nein. Da haben wir schon ein bisschen was drin. Da haben wir auch eine Klimaanlage mit dabei. Ja. Das gibt es doch gar nicht mehr, oder? Ne, also ohne Klimaanlage, das haben wir gar nicht mehr. Okay, das heißt elektrische Fensterheber mit drin. Der Motor ist ein bisschen kleiner? Genau. Dann hätte man 82 PS Benziner, 1,2 Liter auch ein Dreizylinder, dann aber ohne Turboaufladung. Okay. Wenn der gerade nochmal, wir gucken am besten mal nochmal auf die CO2, wenn die gerade nochmal da ist. Verloren. Ja, ist nicht so schlimm. So, das Gewicht werde ich auch nochmal reinschreiben, wie alle technischen Daten. Ja, wir sind in Dillingen. Kommen wir steigen nochmal kurz aus. Ja. Erstes Video heute mit dem Gordon. Und das ist natürlich ziemlich cool. Das heißt, ihr könnt also innerhalb der Müller Gruppe, könnt ihr dann unglaublich viel auch bedienen. Jetzt hat Opel, hat ja wirklich eine ganz große Bandbreite. Ihr habt vom Transporter bis hin zum Kleinstwagen, also könnt viel abdecken. Genau. Also wir starten klassisch immer noch mit dem Corsa, gehen dann höher über die kleinen SUVs, über den großen SUV, den Grandland und gehen dann hin bis zum Opel Movano, den man als Britschenwagen anbieten können, als Kipper anbieten können oder als Kastenwagen. So, hier steht da, der Opel Crossland 1,2 GS Line, ja, Modellvariante 2021. Mir gefällt er gut. Das ist immer so Gewöhnungssache. Kanten sind ja mit drin, ganz modernes, neues Design. Und wenn so ein neues Auto kommt am Anfang, man muss sich immer so ein bisschen daran gewöhnen, oder? Klar, der hat jetzt auch frisch das Facelift bekommen. Also gerade an der Front muss man sich schon ein bisschen umstellen zum Vorgängermodell. So ist das. Aber das soll ja auch so sein, ja. Ja, vielen, vielen Dank, Gordon. Ja, wenn ich jetzt fahren möchte, Opel gibt es nur hier bei der Müller-Gruppe? Opel gibt es nur in Dillingen, Konrad-Adenauer-Allee, Dillingen im Saarland, 667 63. 63. Und wenn jetzt nicht gerade alles geschlossen ist, wie sind normal die Öffnungszeiten bei euch? Im Monat der Woche haben wir von 8 bis 18 Uhr geöffnet und am Samstag sind wir von 9 bis 2 Uhr im Verkauf für die Kunden da. So, von 9 bis 14 Uhr. Danke, Gordon. Tschüss. Vielen Dank, Sven. Ciao.